Für Kraftfahrer im gewerblichen Güter- und Personenverkehr ändert sich einiges. Neben dem Führerschein müssen besondere Fähigkeiten und Kenntnisse nachgewiesen werden. Die SVG bietet Neueinsteigern die beschleunigte Grundqualifikation an. In einem 140-stündigen Seminar lernen die zukünftigen Kraftfahrer alles Notwendige und werden für die abschließende Prüfung auf den Punkt fit gemacht. Alte Hasen, die ihren Führerschein vor dem 10. September 2009 gemacht haben, genießen Bestandsschutz und müssen keine zusätzliche Grundqualifikation nachweisen. Aber Neueinsteiger und alte Hasen müssen alle fünf Jahre eine 35-stündige Weiterbildung absolvieren.